Ach, Schia! Guck mal, da sind Schia gewachsen. Ich finde das so toll. Crystal! Sind die Füße wieder warm? Ja, durch das Ohr gekraxelt. Du bist der Kraksel, Uwe. Aber hallo. Grüezi. Die Piste da drüben ist aber ganz schön steif. Ja, würde ich hier oben jetzt sagen, ne? Das fändst du super. Oh, ist das ein Panorama? Ja, da ist auch ein... Ist das eine Panorama-Bar? Das ist ja geil. Sieht echt schön aus, ne? Boah! Und da oben müssen wir erstmal auf einen Plan schauen, wegen der Piste, wegen Blau, Grün, Gelb und...